so herzlich willkommen zurück zur spark challenge wir sind hier stehen geblieben und ich habe mal ganz freundlich auf normal umgeschalten in der hoffnung in der annahme dass unter umständen die wether skelette auch verdroppen weil ich bin mir zwar immer noch nicht sicher verschwende hier meine pfeile weil ich nicht treffe so eine scheiße ja weil ich hoffe dass die skelette denn da auch was tropfen was ich brauche ich hab die stelle getroffen naja dann nehmen wir die halt wieder alter spiel und zack und zack nicht getroffen schlecht und doch immer getroffen und hohe troffen da siehst du jeder hallo den roten brauchen wir eigentlich nicht mehr haben wir ja hier noch komm komm mal her hier ja okay den haben wir da wo kommen denn die ganzen probieren wir es mal komm her komm her der ist hier runter gefallen war der hat von da geschossen die sau naja gut komm ist ja schon wieder einer das heißt da oben ist noch ein spawner den greif ich mir ich hasse diese klecken hier ist doch ja nicht meine pfeile gehen mir aus ich muss mir das echt mal anklicken mit den stiletten mit den köpfen wo man die herkriegt weil irgendwie nein ich bin tot ich bin tot ich bin tot hundert punkte und eine reise nach ferch es ist maria habe ich natürlich überhaupt nicht drauf geachtet so jetzt schnell zurück und ich befürchte ich finde ja nicht die stelle wieder wo ich gestorben bin habe ich gerade überhaupt nicht auf meine gesundheit geachtet und verrat mir doch mal einer warum ich immer so weit weg spore noch nicht an meinem bett na toll kann ich erst mal raten wo ich lang gelaufen bin ich weiß das nämlich ja nicht mehr wo bin ich denn wo kommt da ja halt das werden wir ja erstmal ändern ne nicht auf schwer bin ich bescheuert das muss ich hier wieder auf friedlich äh ne nein auch nicht ach da auf einfach so jetzt haben wir es aber total mit leeren tatschen so komm stören wir halt nochmal auch egal finde ich jetzt eigentlich mein dings wieder mein todespunkt wo war ich denn ey scheißen dreck wo bin ich gestorben wo bin ich gestorben ich weiß es nicht übel 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 wo bin ich gestorben da hinten irgendwo verdammt ey wo bin ich gestorben wo bin ich gestorben ne hier war ich auch nicht naja wird ja spannend wenn ich es nicht finde dann sterbe ich einfach nochmal und bin wieder zu hause oh guck mal hier ist mein schwert das ging ja schnell guck mal alles wieder da alles nicht leggen nicht leggen nicht leggen da ist noch ein magma-slam so schnell mal die rüstung wieder anziehen hier das 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 wo ist mein helm da haben wir das schwert nach vorne dick dahinten ach du kacke fünf helden oh ha oh ha oh ha nur noch fünf pfeile das ist schlecht wo ist denn mein fressen eigentlich hin das müssen wir mal schnell wieder rüber hier ich hab meinen todespunkt wieder erfunden das tun ja einfach hei und kack auf die level da haben wir ja vorgesorgt stirbst du auch so kommt her ein paar levelchen holen wir uns hier was haben wir denn jetzt zack zack boah wie klein wären die denn jetzt noch holen wir nicht so viele volle in die Hose jange volle in die Hose jange aha aha okay hier war nix genau dann gehen wir nochmal zum Todespunkt zurück denn da muss ja irgendwie muss da so ein boah na wo bin ich denn gestorben ach hier muss doch hier irgendwo was sein äh laut die kamen doch von irgendwo her da müssen die doch irgendwo sein hier aber wo wo ohne spawner hallo wo kam die denn her wo kam die denn her das ist schlecht gut hin in die Hose hat nicht funktioniert verdammt mach ich denn jetzt ja doch dann muss ich einfach mal in der nächsten Folge oder in der nächsten Pause mal kicken was ich da jetzt falsch verstanden habe was ist denn wenn ich jetzt hier einfach mal hochgehe hier gibt es hier nicht auch irgendwas was man hier brauchen kann da ist noch ein slime Was ist denn hier? Oh komm Holen wir uns die, warum nicht? Ach ne, das ist nur einer Der eine ist ein kleiner Verdammte Axt, ey Wie kriege ich diese blöden Köpfe ran? Da ist ein Schwert um die Ecke, siehst du das? Na komm doch mal her, geht mir nicht auf den Puffer und Zack, 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 zack Stopp, 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 stopp So, das machen wir auch noch Platz Mh, ich habe wieder hänen Ist doch ne kiste, dann waren wir da schon Ach komm, Da immer einfach mit brauchen wir zwar nicht mehr, aber ist auch real. Gut, hier waren wir jedenfalls schon, also alles gut. Wurde mir keine Gedanken machen. Finde ich immer wie an der Hose. Haben wir ja vorsorglich alles markiert. Hatten wir noch mal drin gelassen? Nein, hatten wir nicht. Die waren alle schon leer hier. Stimmt, hier sind wir eben mal durchgelaufen. Haben wir den Weg abgekürzt. Feuerzeuge, naja. Da fällt mir ein, ich könnte ja theoretisch auch eh eine Kiste nehmen und ein Feuerzeug genau beim Portal entstellen. Falls es mir mal passiert, dass ich da angeschissen bin. Falls irgend so ein Vieh mir mein Portal da rauspustet, dann habe ich nämlich sonst ein Problem. Da ist auch eine Kiste da. Gehen wir hin. Ob es da was zu holen gibt, weiß ich nicht. War ich hier schon? Hier ist das Licht, hier muss ich schon gewesen sein. Ja, hier war ich schon. Dann habe ich hier, guck. Hier wollen wir uns mal eine Treppchen basteln, weil hier werden wir nämlich runter gehen. So. Da ist nix weiter. Okay. Da hinten ist noch einer. Zwei. Na, ist ja spannend. Gut. Na, dann. Ja, zack. Ne, jener ist das nur. Und. Gut, haben wir auch. Sehr schön. Das macht ein normales Skelett hier. Aber die spucken wenigstens wieder von hinten hier. Hinterhält ja Angriff. Ah, hier diesen komischen Effekt. Aber immer noch Keen-Rither-Kopf. Ist so, als wenn die das da ausschmucken. So. Reicht das vielleicht noch? So. Schön eingesammelt. Alter, das leckt hier immer Öse. Mein Todespunkt. Ist ja den Armisch. So. Jetzt sehen meine Pfeile aus. Meine Pfeile sind nicht. Ganz schlecht. Jetzt ziegeln wir mal die Erde hier runter. Und dann werden wir uns mal ein bisschen hier Össss. So. Wenn wir jetzt Glück haben, treffen wir die da. Na? Höhöh, getroffen. Ne, haben wir nicht getroffen. Doch, haben wir getroffen. Haben wir getroffen! Sehr schön! Scheiße, der mich auch! Feuer aus hier! Schon wieder! Mönches Kinder nochmal! Rüstung! Sieht übel aus! Und ich habe keinen Pfeil mehr, so einen Scheiß! Schon wieder getroffen! Wie denn das? Ach! Ja, aber es macht noch ein bisschen! Was ist denn da unten eigentlich? Mich da hinstellen? Jo, kann ich! Komm ran hier! Komm! Komm, 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 komm! Ja, ja, ja! Wunderbar! Der Gas ist voll hinten! Können wir so abbauen? Ähm, okay! Noch einer! Na wunderbar! Da ist ein Spawner, da muss einer sein! Aber eine Spitzhacke neigt sich dem Ende und die Folge ist auch gleich wieder rum! Komm! Na, komm schon! Komm ran hier, komm, komm! Hab dich nicht so! Nicht so zögerlich! Komm schon her, du gelbes Stück! Der traut sich tatsächlich nicht! Komm schon! Ei! Nicht treffen! Treffen wär schlecht! Das ist doch wohl nicht wahr hier! Okay, nicht getroffen! Nein! Ah, verdammt! Ja, ist ja gut! Komm hier aus! Schon wieder? Ne, nicht! Na, Gott sei Dank! So! Den haben wir! Den hol ich mir diesen Spawner gleich! Der muss ja irgendwo sein! geht das jetzt! Oh, ach! Das ist... Da ist doch... Da... Haben wir! Ich stehe in ein Feuer, ich blöd Mann! Da sind schon wieder zwei. Äh, so. Tja. Hm, was mach ich da jetzt am dummsten? Buddel mich da mal einfach irgendwo durch da und mach diesen blöden Spawner kaputt. Der hält mir auf den Puffer. Hätt' klar, Freunde. Möcht' sagen, echt verweile hier der Weile. Ich hoffe, dass hier nichts passiert. Sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin. Und tschüss.